Ich heiße Elisabeth Fischer, spiele Querflöte und spiele im C-Orchester, weil mir Musizieren sehr viel Spaß macht und ich bin zum zweiten Mal dabei. Also ich bin der Robin, ich spiele Altsaxophon, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei und ich spiele im C-Orchester und ich bin dabei, weil mir Musizieren in so einem großen Orchester Spaß macht. Also ich bin die Seldia Fischer, ich bin 13 Jahre alt, bin zum ersten Mal hier, spiele Querflöte und ich spiele gerne im Orchester, weil man da nette Leute kennenlernt. Also ich bin der Marius, spiele Trompete und ich bin gerne im C-Orchester wegen den guten Stückchen. Ich bin der Marius, spiele Trompete und ich bin der Marius.